Hallihallo hier bei Spielwelten angespielt. Ja, das neue Format schon lange angekündigt, jetzt ist es endlich soweit der erste Teil. Reikold ist da. Das heißt, wir spielen jetzt nur die ersten zwei Runden an. Also im Format generell nur kurz mal reingespielt. Dann könnt ihr sehen, wie das Spiel so ist, wie es abläuft, wie es aufgebaut wird und so. Ja, und dann können wir kurz so einen Ersteindruck abgeben im Anschluss. Also ja, bei Reikold sind wir irgendwie Gemüsebauern. Oder in Island? Ja, in Island müsste es sein. Skandinavien ganz grob. Ganz grob. Gehört es noch zur Skandinavien? Ich weiß gerade gar nicht, ob Island offiziell noch zu Skandinavien gehört. Ja, ist auf jeden Fall ein Workerplacer vom lieben Herrn Rosenberg. Für eins bis vier Spieler dauert etwa 30 bis Island. Ja, das steht da auch. Ja, 30 bis 60 Minuten. Ja, die Zeitangabe stimmt auch in etwa. Also das ist recht flott gespielt. Hängt natürlich davon ab, wie gut die Leute das Spiel schon kennen. Ob sie schon eine Strategie haben. Erst das, dann das, dann das. Oder erst mal sich jedes Feld einzeln durchlesen müssen. Aber ist schon okay. Ja, dann legen wir mal los und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann wären wir jetzt in der totalen. Und zwar haben wir hier nochmal so einen Story-Kartenstapel noch eingeschweißt. Habe ich noch nicht reingeguckt. Werde ich dann später machen. Der kommt erst mal weg also. Und dann sehen wir auch schon hier die Einsatzfelder. Ein bisschen knapp, aber wir spielen ja auch nur zu zweit. Und das heißt, ja, das ist ein bisschen mehr zusammengerückt. Also auf der Rückseite findet sich noch ein anderer Spielplan. Da hat man viel mehr Felder für eben drei oder vier Leute. Das ist für Solo-Modus oder zu zweit. Ja, hier sind unsere Rundenanzeiger. Und das ist sehr schön gemacht mit dem Buch. Da blättert man sozusagen weiter. Und wenn man durch ist, dann ist das Spiel vorbei. Ja, unsere Weitflaschen da müssen noch in Form gebracht werden. Ich komme nach vorne, weil ich dann doch jetzt Startspieler bin. Ich habe nämlich zuletzt Tomaten gekauft. Haha. Ja, Tomaten. Gutes Stichwort. Wir brauchen noch da für die... Genau. Also sechs Servicekarten heißen die, glaube ich. Gibt es. Also da gibt es auch verschiedene Sätze. Und es spielen nur fünf von den Sechsen mit, um eine gewisse Variation mit reinzubringen. So, dann drehen wir die erstmal so rum. Ja, wenn der Fenrir seine Finger im Spiel hat, dann kann das nur schief gehen. Soweit. Ich hoffe mal. Die sind jetzt... Ne, die sind nicht im Bild. Die sind natürlich nicht im Bild. Weil hier ist die Grenze. Ja. Oh, und die Flaschen liegen. Ja. Deswegen spielen wir nie Geschicklichkeitsspiele vor. Ihr seht schon bei unseren Aufbauaktionen. Geschick ist jetzt nicht unser zweiter Vorname. Maximal der dritte vielleicht. Okay, dann klappt das so. Ja, wunderbar. Diese Rohstoffe, die da liegen, das sind eben Bonus-Sachen. Die kriegt man, wenn man... Wenn nur noch drei Karten übrig sind, dann kriegt derjenige, der diese dritte Karte nehmen würde, die Tomate. Danach eben ein Salat und ein Pilz. Das sind auch die Sachen, worauf es ankommt. Wir bauen Gemüse an. Tomaten, Salat, Pilze, Blumenkohl, Möhren. Das ist das, was es gibt. Und das ist auch die Reihenfolge der Wertigkeit dieser Sachen. Sieht man auch hier auf der, ja, ich sag mal jetzt Punkteleiste. Es ist, glaube ich, Tourismusleiste oder so. Auf jeden Fall, der am Ende am weitesten vorne steht auf diesen Tischen, der hat das Spiel gewonnen. Aber soweit spielen wir ja auch gar nicht. Wir zeigen ja nur kurz den Aufbau und den Anfang. Ja, hier liegen Gewächshäuser aus, in denen man überhaupt diese ganzen Sachen da anbauen kann. Erstaunlicherweise. Es ist ein Uwe Rosenberg. Ja, genau. Da wird also ein Gemüse gebraucht als Saatgut und dann wird der Rest aufgefüllt und man erntet dann jede Runde eins ab und mit diesen Aktionen hier eventuell sogar noch mehr. Ja, das ist es jetzt im Großen. Oben, was? Die Art der Gewächshäuser. Also man sieht hier, das ist halt, die großen Gewächshäuser können nur die minderwertigen Gemüse benutzen und dann je weniger Platz, desto mehr Auswahl hat man, was man da anbauen kann. Gut, dass du das sagst. Das sollte man vielleicht vorher wissen genau. Und also nur in diesem Dreierdingen hier kann man überhaupt Möhren anpflanzen. Das hier ist halt zufällig. Die erste Karte ist immer festgelegt bei diesem Stapel. Da weiß man auch, was man kriegen wird, aber danach ist das alles gemischt worden und zufällig platziert. Ich hoffe, du hast das gemischt. Natürlich. Ja gut, dann vertraue ich dir mal. Ja, dann gibt es halt hier die Gewächshäuser und wir fangen mal an. Eine Besonderheit noch. Hier gibt es so Flaggenfelder, aber die sind halt in Spalten unterteilt und wenn man ein Flaggenfeld in dieser Spalte besetzt hat, dann darf man das andere nicht benutzen, damit der andere dann auch noch was hat. Das gibt es aber auch noch jeweils hier und hier. Ja, dann setze ich mal. Dann fangen wir an. Ja, ich platziere mal meinen ersten Arbeiter. Einfach mal hier drauf. Das heißt, ich nehme jetzt eine Tomate und kriege so ein Zufallsgewächshaus. So, nehme also das und oh Wunder, es ist so ein Dreierdingen. Erstaunlich, erstaunlich. Woher wusstest du das? Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss wohl eine Gabe haben. Der Resi, der blinde Seher von Sat.1. Gut, ich werde mir auf jeden Fall meine Servicekarte besorgen und zwar möchte ich... Wo ist sie? Die wollte ich nicht. Genau. Immer wenn ich sie säe, darf ich auch ernten. Genau. Ja, die lege ich mal hier so ab. Ja, da hast du aus meinem vorherigen Spiel gelernt. Da habe ich ein bisschen gelernt. Ja, natürlich wäre es natürlich sinnvoll gewesen, diese jetzt als erstes zu besetzen. Aber es soll ja nur prinzipiell so darum gehen, was ja überhaupt so möglich ist. So, ich bin wieder dran. Darf dieses Feld jetzt eben nicht besetzen. Ja, und die anderen will ich so sehr auch gar nicht besetzen. Ja, dann werde ich jetzt einfach mal das hier nehmen. Dann kann ich eine Tomate wieder nehmen und auch einmal aussehen. Das wäre dann auch eine Tomate, wie ich gleich hier rein säe. Ja, und dann werden alle übrigen Felder damit aufgefüllt. Und dann gleich wird in der Erntephase abgeerntet. Das kommt dann, wenn wir alle unsere Arbeiter platziert haben. Gut. Ich brauche auf jeden Fall auch mal so ein Gewächshaus. Ich darf mir eins aussuchen. Ich hätte gerne das Vierer-Ding. Genau. Bitte sehr. So, dann. Ja, dann nehme ich mir einfach mal zwei Mal Salat. Ähm, ja. Ich werde... Ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie... Was bekomme noch? Das hat schon blockiert, die Felder, wo man irgendwas kriegt. Nicht ganz, da ist noch eins. Ähm, na komm, ich muss irgendwie mal in Sachen kommen. Das heißt, ich nehme mir zwei Pilze. Ja, und jetzt kommt schon die Erntezeit. Das heißt, wir werden aus jedem Gewächshaus eine Sache raus ernten. Sofern was da ist. Sofern was da ist. Ja, ist aber häufig so, dass in der ersten Runde jetzt noch nicht so wahnsinnig viel geerntet wird. Dann kommt die Tourismuszeit. Das heißt, Punktevergabe. Und derjenige, der mit seiner Flasche hier vorne steht, der fängt auch an. Die erste Flasche fängt an, genau. Genau. Und es muss immer das, was auf dem Tisch steht, abgegeben werden, um da hinzukommen. So. Ich habe eine Tomate. Komme da hin. Ich habe einen Salat. Komme da hin. Jetzt kommt die Subvention der Klo des Spiels. Wenn man das erste Mal an einen Tisch kommt, den man nicht erfüllen kann, dann kriegt man die Sache, die da drauf ist. So, jetzt bin ich beim Blumenkohl angekommen. Meine Subvention habe ich hier schon verbraucht. Ich habe keinen Blumenkohl. Hier ist also für mich Ende. Ich stelle mich aber dennoch ans Ende des Tisches, denn jeder, der danach auf dieses Feld kommen würde, kommt nach vorne. Und wer am Ende am weitesten vorne steht, hat ja gewonnen. Das heißt, wenn man gleichzieht mit dem Führenden, dann ist man selber sozusagen der Führende in dem Moment. Ja, du kannst jetzt leider gar nichts abgeben. Ich kriege sofort meine Subvention und bleib auch direkt da stehen. Ja, dann kommt die Heimkehrzeit. Das heißt, die Arbeiter kehren zurück. Und der Startspieler wechselt. Und der Startspieler wechselt. Der Ring wandert. Genau. Ah ja, und natürlich wird dann hier auch Seite weiter geschlagen. Finde ich ein bisschen Overkill, aber sehr schön gemacht. Nicht ganz so Overkill wie bei, hier, wie heißt es noch gleich. Workerplacer mit der Kathedrale. Sollen der Erde. Sollen der Erde. Ja, gut. Ich nehme ja noch so ein Service-Kärtchen. Einfach, um euch mal was anderes zu zeigen. Hahaha. Ich nehme mal die hier. Ja, da bist du jetzt natürlich sehr führend und das wird wahrscheinlich im späteren Spielverlauf dir auch einen großen Vorteil bringen. Ja, ich hoffe, ich schaffe es euch das noch mal zu zeigen jetzt hier, was das dann für Kombos gibt, die man da mehr oder weniger bekommt. Ja, dann mache ich mal hier mit meinem Ersten einfach das hier. Ich ernte einmal und kriege einen Blumenkohl danach. Gut. Ich mache mal was zum Aussehen. Wo kann ich denn Säen? Das macht keinen Sinn. Äh, da genau. Nimm eine Tomate und sähe einmal aus. Genau das machen wir. Ich nehme eine Tomate und sähe einmal aus und zwar sähe ich Tomaten aus. Und weil ich ja jetzt Tomaten ausgesät habe, bekomme ich als Aktion hier noch, beziehungsweise als Effekt, wenn ich hier sähe, darf ich einmal ernten. Das heißt, ich nehme auch direkt eine der Tomaten. Mhm. So, die andere Karte sagt nämlich hier, wenn man in der Arbeitszeit geerntet hat, nimmt man einen Pilz. Wir spielen das allerdings jetzt so, dass man dann nur mit Aktionen, die man, wo man auch erntet, dann auch diesen Pilz bekommt. Also nicht, dass durch diese Sonderaktion dann auch nochmal der Pilz dazu kommt. Ähm, aber in den Regeln selber habe ich halt zumindest jetzt nichts genaueres zu gefunden. Aber ich finde das so auf jeden Fall gerechter. Klingt sinniger, ne? Ja, dann bin ich schon wieder dran und kann jetzt hier mal schauen, was ich mache. Ja, um dann hier den vollen Fortschritt hinzukriegen in den zwei Runden überspielen. Haha, kriege ich noch eine Möhre. Du Möhrchen. Genau. Gut, ja, und ich möchte nochmal hier kurz die andere Karte benutzen. Also, ähm, ich muss nochmal ernten. Und zwar machen wir das hier. Ich ernte bis zu zweimal. Du kannst nur eins pro Gewächshaus ernten. Ach so, okay, Entschuldigung. Dann ernte ich nur einmal. Aber du kriegst... ...aber ich nehme noch einen Pilz. So. Ich habe mich sehr auf Tomaten und Pilze jetzt hier fixiert. Ja, und ähm, sollte ich das jetzt machen? Nein. Ich könnte jetzt natürlich, weil wir ja eh nicht großartig weiterspielen, hier mein Gewächshaus opfern, um einen Schritt nach vorne zu gehen. Aber das wäre generell erst für die letzten Runden, ähm, sinnig. Ne? Also hier kann man sozusagen Gewächshäuser dann gegen Spielende abgeben, um dann Schritte auf den Tischen zu machen. Ja, ähm, ich nehme nochmal zwei Salat. Ja, das ist jetzt... Das war ja nun mal so einen Eindruck vermitteln. So. Erntezeit. Jetzt wird nochmal geerntet. Ich stünde auch hier wieder mein Gewächshaus zur Verfügung, um was Neues einzusäen. Ja, und der da vorne steht, beginnt wieder. Ich darf den Blumenkohl abgeben, um den Schritt zu machen. Karotte abgeben, um den Schritt zu machen. Zwei Tomaten. Zwei Mal. Jetzt kriege ich zwei Pilze, weil ich die ja nicht habe. Und dann ist wieder Ende. Gut, ja, ich hab nicht so gute Karten. Also, Salat ist auch direkt meine Subvention. Aber zumindest kann ich mal einen Pilz abgeben hier. Ja, und dann war's das auch schon. Ja, du hast halt darauf gespielt, gegen Ende dann ein bisschen mehr rauszukriegen. Also, es ist natürlich sinnvoll, diese Karten sich zu nehmen. Und natürlich, wenn man jetzt Startspieler ist, dann sollte man das Feld auch zumindest am Anfang benutzen. Ja. Aber es gibt sicherlich ganz viele verschiedene Strategien, in diesem Spiel voranzukommen. So in etwa läuft's dann auch immer ab. Die Zahl der Gemüse nimmt dann auch gleichmäßig immer zu. Also, hier fängt's dann mit drei Jahren an. Das ist dieselbe Reihenfolge, immer wieder bis sechs. Und danach würde es theoretisch auch hier rumgehen, bis sieben. Also, es ist nicht Ende, wenn man den letzten Tisch erreicht hat. Aber irgendwann erreicht man's einfach nicht mehr im Laufe dieser Runden. Je nach Spielerzahl ist auch diese Anzahl an Buchseiten variabel. Deswegen haben die das vielleicht auch so gemacht, dass man im Solospiel hat man nicht diese sieben Runden zur Verfügung. Und mit der wenn man die Variante mit den Karten hier spielt, diese Story-Karten, dann hat man sogar acht. Also, ja, das ist es soweit. So, das war's ja schon. Ja, ging relativ flott. Ich hätte auch gerne noch weiter gespielt. Gerade, weil es so einen schönen Vorsprung hatte. Aber der wäre, glaube ich, nicht so lange so geblieben. Der Vorteil ist, wenn man nur so zwei, drei Runden spielt, dann brauchst du jetzt hier auch keiner vergrämen, dass er geschlagen wurde hauswoh oder irgendwie sowas. Ähm, nein. Äh, ja. War ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Muss man erstmal so sich selber auch ein bisschen reinfinden, wenn man so ein Spiel quasi vorstellt, ohne im Hinterkopf zu haben. Ich möchte ja am Ende irgendwann mal gewinnen oder so. Einfach mal alles so, wenn's geht, zeigen. Ja, gut. Was sagen wir denn zu dem Spiel? Ist natürlich sehr kompakt, jetzt verglichen mit den anderen Spielen, die er jetzt so rausgebracht hat vorher. Also, sehr eng, sag ich mal. Was ich nicht unbedingt schlimm finde. Wobei das ja durchaus beim großen Werk auch nicht ganz unüblich ist. Also, ich sag mal, so ein Glasstraße ist ja auch wirklich sehr, sehr fokussiert. Ja, auch hier so Patchwork und so ist natürlich dann auch nur... Ja gut, das ist ja auch nur eine Designstudie eigentlich, ne. Das hat da noch eine... Ich glaub, das ist auch übrigens... Mein erster Gedanke, als ich das gespielt habe, war so, das hat er noch in einer Schublade gehabt. Da hat er irgendwie noch so Prototypen von, weiß ich nicht, aus der Entwicklung, Caverna, Agricola, so... Da war noch was übrig, ein bisschen, ne. Kann man jetzt so nicht sagen, würde ich jetzt... Oder weiß ich nicht, ob der das wirklich so lange... Das war einfach eine Idee, vielleicht doch noch mal was runtergebrochenes zu machen. Vor allem, ähm, es gibt nur auf eine Art und Weise Punkte. Das finde ich sehr schön übrigens, ne. Also, dass man sich jetzt nicht... Wie in den anderen Spielen in tausend verschiedenen Wegen verzettelt und dann gibt's dafür noch Punkte und dafür Strafpunkte und du musst alles irgendwie abdecken und so. Nein, du hast einfach deine drei Arbeiter. Jede Runde, du kriegst nicht mehr, du musst ihn nicht versorgen. Du machst einfach genau das, was du machen sollst. Ja, das ist wunderbar zugänglich, ne. Also, das ist auch so unheimlich schnell verstanden, finde ich. Ich meine, gut, gerade wenn man natürlich schon mal was von ihm gespielt hat, dann ist man im Grunde sofort drin, finde ich. Also, das ist wirklich sehr, sehr schön. Material finde ich auch wirklich super gut von dem Spiel. Also, die Boxen sind toll, dass, äh, die, ähm, die Gemüsesorten, dass die so einzeln geformt sind und so. Das ist schon echt toll gemacht, so von der Produktion her. Ich hab grad festgestellt, die Box ist ziemlich doof. Die könnte ein bisschen enger sitzen. Also, das ist so ein typisches, typischer Fall von Deckel zu groß. Hat natürlich den Vorteil, dass man niemals in die Verlegenheit kommt, dass man das nicht auseinander kriegt. Aber, also, was das angeht, ist es schön. Aber er wälzt sich auch so ein bisschen hier. Aber das, egal. Ich meine, wenn es irgendwie irgendwann im Regal gepresst steht, dann geht das auch nicht auf. Oder wenn man es liegend lagert, so, dann auch nicht. Das ist also das geringste Problem. Die Anleitung finde ich ein bisschen zu knapp. Aber, Gott, na, also, äh, muss man jetzt, also, es ist nicht so riesen, da sind keine riesigen Mängel drin. Aber ich hätte so ein paar Detailerklärungen schön gefunden, von einzelnen Feldern oder so. Vor allem, genau wie jetzt den Feldern, den wir mit den Karten hatten, ob das dann auch dann gilt, wenn die einen mit der anderen oder so. Äh, ja, aber, Gott, ähm, die Story-Karten, die hab ich ja noch nicht aufgemacht. Es hieß ja, man muss ja auch erst mal ein paar Mal gespielt haben, bevor man sich da ranwagen soll. Ja, das werde ich demnächst dann in Angriff nehmen. Dann können wir vielleicht dann auch noch mal was mehr dazu sagen. Also, vom Ersteindruck auf jeden Fall gut, solide. Also, gut. Ja. Würde ich sagen. Es ist nichts Heraustragen, es ist nichts Besonderes. Es macht jetzt auch nichts Spektakuläres letztendlich. Das ist wirklich so ein ganz normaler, im besten Sinne normaler Workerplacer. Ähm, was ich halt ganz spannend finde, ist halt, äh, die, die Denkweise dahinter. Dass man halt immer wieder diese Sequenz von Gemüsen abarbeitet, in dieser ansteigenden Zahl. Im ersten Moment hab ich so gedacht, ja, ja, ein bisschen mau so. Aber es hat wirklich was Fesselnes an sich. Also, man muss da schon eine ganz andere, also, was heißt eine ganz andere, aber eine ganz spezielle Denkweise hinkriegen. Dass man wirklich diese Sequenz im Kopf auch immer so durchgeht und dann wirklich planen vorher. Also, es ist tatsächlich deutlich, äh, tiefer von der Strategie, als man so im ersten Moment meinen möchte. Im ersten Moment denkt man, ja, man kann im Grunde machen, was man will, wird schon irgendwie hinhauen. Ne, tut's nicht. Da muss man schon tatsächlich eine Idee dahinter haben. Aber es wird im ersten Moment auch nicht so. Also, es wird deutlich simpler, als es am Ende wirklich ist. Ja, und weil es eben so wahnsinnig viele Einsatzfelder gibt, zumindest im Zwei-Personen-Spiel. Ihr habt ja den anderen Spielplan gesehen, also da ist noch mehr möglich. Ne, aber so, wenn man es gerade jemandem neu erklären möchte, dann ist dieses Zwei-Personen-Spiel doch sehr gut geeignet. Und man hat eben nur diese zwölf Felder, die ja auch nicht alle großartig was anderes machen. Bei einem gibt's halt zwei Tomaten, beim anderen zwei Pilze oder so. Ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Zeug kriegen, aussehen, ernten, ja, diese Karte, also Gewächshäuser kriegen. Gewächshäuser kriegen, Kartenkarten kriegen und Gewächshäuser abgeben für Schritte auf dem Tisch. Ich glaube, das sind so die Aktionen, die man im Grunde macht, ne? Ja, und man kann auch noch, statt dieser Karte zu nehmen, könnte man auch drei Gemüse gegen, also drei Unterschiede gegen drei gleiche tauschen. Aber das ist jetzt alles sehr leicht zu verstehen, sehr zugänglich. Ja, das war's dann so, würde ich mal sagen. Wir müssen jetzt erstmal den Story-Modus spielen, dann werden wir weitersehen, was wir so generell von dem Spiel hier sagen. Ja, dann war es das für heute in Kurzversion, da es ja nicht für ein längeres Let's Play reicht. Ich werde dann wahrscheinlich morgen operiert werden. Ja, hoffen wir mal, dass alles gut geht. Toi, toi, toi. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wahrscheinlich wieder. Dann mach's gut. Tschüss. 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 Secche�� Seite wen sag mit, ja. Vielen Dank.